Das folgende Video soll nicht dazu verleiten, kriminelle Tätigkeiten durchzuführen. Die gezeigten Handlungsweisen sind ohne ausdrückliche Erlaubnis illegal und werden unter Umständen strafrechtlich verfolgt. Ich übernehme keine Haftung für einen Missbrauch der in folgendem Video gezeigten Methoden. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Hacken. So, heute geht's mal wieder weiter. Heute brauche ich auch mal wieder den Disclaimer. An der Stelle einen riesigen Dank an Tim. Der hat den für mich gemacht und ich finde ihn ziemlich stylish. Passt auch irgendwie zu dem Thema. Deswegen, ja, Dankeschön. Was wir jetzt heute machen werden, ist, wir benutzen nmap. nmap ist ein cooles Tool. Ja, wir sehen hier, die help-file ist auch immens lang. Und das kann sozusagen euch einen Server scannen. Das heißt, es guckt einfach mal, was ist denn da so, was läuft da so und bekommt dann zum Beispiel die Versionen von irgendwelchen laufenden Services drauf raus. Das heißt zum Beispiel MySQL Version XYZ. Also ihr bekommt da relativ genaue Versionen, auch teilweise das Betriebssystem, was da so läuft. Und das ist schon ziemlich nicht schlecht, ziemlich krass sogar. Ja, und deswegen ist nmap eigentlich unverzichtbar und ziemlich geil. Was noch viel cooler ist, ist, dass nmap uns einen kleinen Server oder was heißt klein, einen geilen Server zur Verfügung gestellt hat, den man einfach so testen darf. Und ja, hier sagen sie, man darf den Server scan.me.nmap.org testen, aber bitte nicht so hart. Ein paar Scans am Tag, aber 100 Stück oder sowas, das ist ein bisschen arg hart. Und ja, dann auch bitte kein Passwort-Tracking, das könnt ihr gerade nicht lesen, das steht hier drüben. Hier. So. Also wir werden jetzt da ein paar Tests dann vielleicht machen, aber nicht so viele. Gut. Also ziemlich nett von den Leuten, dass sie uns ihre Server zur Verfügung stellen. An der Stelle nochmal ein Dankeschön. Und ja, was nmap genau tut, es analysiert alles. Also das heißt, ihr könnt eine IP-Adresse angeben. Ihr könnt aber auch einfach einen, wie gesagt, eine IP-Adresse angeben oder halt eine Webseite, wie zum Beispiel scan.me.nmap.org. Und da sagen wir einfach mal, okay, wir wollen es jetzt mal testen, nmap und probieren es einfach mal, scan.me.nmap.org. Achtung, wenn ihr nicht die Erlaubnis habt, also für diese Seite hier haben wir jetzt die Erlaubnis, wenn ihr nicht die Erlaubnis habt, ist es absolut illegal. Also bitte macht das auf keinen Fall mit irgendeiner Webseite, weil das ist schon ziemlich aggressiv, deswegen schreiben sie ja auch nur ein, zwei, drei, vielleicht auch vier Scans, aber mehr nicht am Tag. Und ja, es ist ein ziemlich aggressives Tool, das heißt, es probiert einfach, nimmt allen Traffic, den es irgendwie von euch und von der Webseite kriegen kann und probiert da einfach Sachen durch und probiert dann rauszufinden, was da so dahinter steckt. Das heißt, ihr greift die Webseite damit an und wenn es eine schwache Webseite ist oder ein schwacher Server, dann könnt ihr die damit auch lahmlegen, was nicht so geil ist. Also bitte tut es nur für eure eigene Webseite, um zu testen, wie persistent oder wie gut ist die geschrieben und wie viel kann man darüber rauskriegen. Also es ist für eure eigenen Websites oder für eure eigenen Geräte auch gedacht. Damit kann man auch Geräte anprobieren, aber das zeige ich euch nachher. Gut, also wir scannen jetzt erstmal die Seite scanme.nmap.org und jetzt müssen wir ein bisschen warten, denn ja, wie gesagt, wir laufen in einer virtuellen Maschine, da läuft Kali Linux drauf und das braucht natürlich dann auch noch, ja, VirtualBox braucht auch ein paar Ressourcen, deswegen, und ich habe noch ein paar andere Sachen nebenher am Laufen, also braucht das ein bisschen länger. Für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, was hier abgeht, schaut euch die Videos auf meinem Kanal zu Linux, Kali Linux und, ja, zum Installieren von mir aus auch. Also schaut euch einfach mal das an, wie das Ganze so funktioniert und dann kommt ihr wahrscheinlich auch eher mit. Ja, und ansonsten pausiere ich euch jetzt einfach mal. So, da sind wir wieder. Jetzt ist es fertig, es hat ein bisschen gedauert. Ja, und wir sehen jetzt hier, was alles passiert ist. Also wir können quasi sagen, auf Port das und das läuft der Service SSH, auf Port 25 läuft ein SMTP-Server, auf Port 30 ein HTTP-Server, hier läuft ein SMTP-S. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich relativ wenig. Wartet dazu einfach ab, was ich noch für Tutorials rausbringe, zu dem, ja, Networking generell. Und dann wird euch das relativ viel sagen. Wir werden aber einfach, zur Vollständigkeit halber, zeige ich euch das jetzt schon, denn es ist wirklich ein wichtiges Tool und sollte relativ früh gesagt werden. Okay, also, und hier sieht man eben den Status, also ob offen oder closed oder was genau jetzt da passiert. Also, was das bedeutet hier, open, heißt sozusagen, okay, wir schicken ein paar Pakete hin, einfach an scanme.mweb.org, schicken wir Pakete, das haben wir jetzt die ganze Zeit getan, und zwar auf diesen Port hier. Und wir bekommen dann eine Antwort, die irgendwie Sinn macht. Und standardmäßig läuft halt auf Port 22 der SSH-Server, das bedeutet, wahrscheinlich haben wir hier eine SSH-Verbindung offen. Also, die wartet quasi auf Verbindung. HTTP haben wir gesehen, wir haben ja die Website aufgerufen, hier, und da stand kein HTTPS davor. Das bedeutet einfach, wir haben hier HTTP, also ganz normal Internet-Protokoll oder Hypertext-Transport-Protokoll. Das bedeutet einfach, wir können hier ein bisschen Text lesen oder empfangen. Und, ja, hier auf den beiden Ports ist auch noch was da, also es werden einfach alle Ports getestet. Closed bedeutet so viel wie, okay, wir empfangen oder wir schicken die Daten hin und wir bekommen auch tatsächlich eine Antwort, aber es läuft vermutlich einfach kein Service dahinter. Das heißt, ja, closed. Und dann gibt es noch Filtered und Unfiltered. Unfiltered heißt, das sieht man eigentlich gar nicht. Unfiltered bedeutet so was wie, Nmap weiß nicht sicher, was jetzt dahinter steckt. Also, wir haben es ein bisschen ausprobiert, aber wir können jetzt nicht sagen, wir haben Antworten, es sieht so aus und sieht so aus, deswegen wissen wir es nicht sicher. Und, ähm, Filtered bedeutet so viel, ähm, eine Firewall. Also, im Prinzip haben wir da sowas Geschütztes. Und, ja, deswegen eben Filtered, weil halt nicht alles durchkommt. Ähm, was wahrscheinlich eine Firewall meistens ist. So, jetzt kann es ja mal passieren, dass ihr nicht nur einen Server anpingen wollt, sondern gleich mal mehrere ausprobieren wollt, was da so passiert. Und, das geht eigentlich quasi genauso. Man sagt einfach Nmap und dann zum Beispiel 192.168.0.1 und dann ein Leerzeichen und quasi einfach den nächsten Server, also 192.168.0.2 und so weiter und so fort. Also, einfach mal das lokale Netz durchprobieren. Wenn wir aber eine gewisse Bandbreite haben, dann sind wir zu faul, die alle abzutippen und sagen einfach bis 30. Das heißt, wir gucken einfach mal von 168.0.1 bis hin zu 192.168.0.3. Also, einfach alle durchprobieren. Das dauert dann logischerweise auch ziemlich lange. Ähm, man kann das Ganze auch einfach mit einer Datei machen, wo man die dann so reinschreibt, wie ich das hier gerade gemacht habe. Einfach auflisten. Ähm, jede Zeile gibt da einfach einen neuen Server an und dann sagen wir hier minus i, ups, minus klein i, groß l und dann die Hosts.txt zum Beispiel, wenn ich es jetzt da drin gespeichert hätte, was ich gerade nicht habe. Also, einfach nur so, dass ihr wisst, wie man jetzt gleich mal mehrere angreifen kann oder, ja, angreifen eigentlich schon. Ähm, was diese Scan-Option angeht, wie ihr gesehen habt, das dauert relativ lange. Das heißt, wenn ich sagen möchte, okay, ich habe vielleicht nur ein paar wenige, ähm, Ports, die ich analysieren möchte, dann gebe ich die hier mit minus p an. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich hätte gerne einen Port, ähm, für HTTP, ähm, den ich gerne checken möchte und den für HTTPS. Dann nimmt er einfach die Standard-Ports. Ich kann aber auch tatsächlich die Zahlen angeben, ähm, sowas wie 22 für den SSH-Port und dann halt einfach noch 80. Damit scanne ich nur auf den beiden Ports, ist auch deutlich schneller und kriege dann halt logischerweise nur auf den beiden Ports eine Antwort, also irgendwas. Ansonsten werden einfach immer alle gescannt, also wirklich komplett alle durch. Ähm, was aber viel interessanter noch ist, ist folgendes. Es gibt einen, äh, detaillierten oder auch aggressiven Scan, der, ähm, mit minus a eingeleitet wird. Und den möchte ich euch jetzt noch zeigen. Das ist auch das Letzte, was ich jetzt heute dem armen scanme.nmap.org-Server antunen möchte. Ähm, wie man das Ganze übrigens speichert, äh, ich habe euch in den Linux-Tutorials schon gezeigt, oder ich glaube, ich habe es euch schon gezeigt, wie man pipet. Und pipen könnt ihr hier natürlich auch die Ausgabe von nmap logischerweise einfach in eine Datei rein und das war's dann. Also, ähm, da brauche ich mir, glaube ich, bei euch keine Gedanken machen, dass ihr nicht wisst, wie das funktioniert. So, dieser aggressive Scan hier, ähm, der möchte jetzt noch mehr rausfinden. Und was der alles rausfinden kann, zeige ich euch gleich. So, da bin ich wieder, ähm, jetzt ist es fertig. Und ja, jetzt sehen wir, was wir hier alles haben. Wow, das ist echt viel und ich möchte da kurz mit euch durchgehen. Wenn wir die Networking-Tutorials gemacht haben, dann werdet ihr dann noch viel, viel mehr sehen. Und eigentlich erst mal verstehen, wie krass mächtig das Ganze überhaupt ist. So, also, Host is up, ist ja wohl irgendwie klar. Übrigens, hier oben sieht man auch die, äh, tatsächliche IP-Adresse von dem ganzen Server. Also, äh, der Name wird aufgelöst in der IP-Adresse. Ihr könnt, wie gesagt, einfach statt dem Namen die IP-Adresse angeben. Das macht absolut keinen Unterschied. Ähm, ja. Und wenn ihr die IP-Adresse angebt, wird euch irgendwo der Name über den DNS-Server angezeigt. Okay. Okay. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben 993 gefilterte Ports, ähm, getestet. So, und dann sehen wir hier nicht nur den Port und, ähm, den Status und den Service, das, was wir vorhin schon gesehen haben, sondern wir sehen auch die Version. So, und Achtung, äh, die sind meistens mit ein bisschen Vorsicht zu betrachten, diese Dinge. Ähm, ja, man hat hier, also nicht immer die richtige Antwort, aber meistens stimmt eigentlich die Ausgabe, also allermeistens eigentlich. Und wir sehen hier, wir nutzen für SSH die Open SSH-Version 6.6.1 unter Ubuntu, ja. Und wir haben hier sogar den Host-Key rausgekriegt, ähm, was das euch sagt, aktuell noch nicht so viel, aber das ist, ist schon ziemlich beeindruckend, was da alles rausgefunden wird. Also schon ziemlich geil. Okay, die sind eigentlich auch öffentlich, aber trotzdem. Ähm, genau. Genau, dann haben wir hier Port 25, da haben wir keine weiteren Informationen, aber hier wieder bei Port 80, also dem HTTP-Protokoll, also ganz normal Text, was ihr so über Browser und so weiter anguckt. Da sehen wir, dass der Server dahinter, ein Apache, ähm, HTTP-D 2.4.7 ist, läuft über Ubuntu auch wieder. Ähm, hier sehen wir sogar den Titel und den Server-Header. Der Server-Header gibt uns genau diese Auskunft. Und der Titel ist das, was wir in der Website gesehen haben, Go Ahead and Scan Me. Das ist hier oben, seht ihr das, Go Ahead and Scan Me. Ähm, gut, okay, das dürfte wahrscheinlich nicht so spannend sein, weil ihr das hier einfach über den Browser gucken könnt. Dann, ähm, können wir hier noch weitere Sachen machen, und zwar Device-Type. Ähm, Device-Type sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel, braucht man auch, also ich persönlich, liest da relativ wenig raus. Aber, was für ein Betriebssystem gerade läuft, das finde ich ziemlich spannend. Und hier sehen wir Oracle Virtual Box. Das heißt, die benutzen auch eine Virtual Box, so wie wir. Passt zu 96% da drauf. Also, die raten hier auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also NMAP-Rate. Ähm, mit 96% Wahrscheinlichkeit läuft Virtual Box, mit 91%iger Wahrscheinlichkeit läuft Chemo. Ähm, ja, und ansonsten haben wir hier noch, ähm, weitere Informationen. Hier zum Beispiel steht, ähm, Service, also hier steht einfach nur, dass es nicht so wahrscheinlich, oder dass es nicht 100% wahrscheinlich ist. Ähm, und hier unten sehen wir einfach noch, okay, der Linux, also der Kern drauf, sprich der Betriebssystem-Kern. Der ist ein Linux-Kern, was ja irgendwie klar ist, wenn hier überall Ubuntu steht. Ähm, und wenn wir jetzt hier noch weiter gucken, sehen wir einen Traceroute. Den können wir auch einfach so ausführen, Traceroute eingeben und dann probieren. Aber es ist trotzdem ganz nett, wenn man da direkt, das macht, das ist übrigens, glaube ich, auch nicht illegal, wenn man das macht. Ähm, ja, also hier einfach, ähm, quasi unsere IP und dann, wo wir überall, äh, wo wir durchgehen. Also, erstmal gehen wir, ähm, zu dem Server auf 10.0.2.2, also unsere IP steht hier nicht dabei. Ähm, dann gehen wir auf 10.0.2.2, das ist, ähm, mein, ähm, mein Router sozusagen. Und vom Router gehen wir direkt auf scanme.nmap.org mit der IP-Adresse, das hier hinten. Da kann auch noch viel, viel mehr stehen, wenn er irgendwie noch irgendwelche DNS-Server oder sowas, äh, anfragen muss. Und da steht dann quasi jeder Zwischenschritt, ähm, für eure IP oder für eure, äh, für eure Verbindung zu dem Server. Und hier steht jeweils, wie lange der einzelne Weg gedauert hat. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal einen Web-Server aufsetzt und ihr benutzt nmap für euren eigenen Web-Server, dann könnt ihr hier aus dem Trace-Root rauslesen, ähm, was hat denn so lange gedauert? Also, wenn euer Server laggt zum Beispiel, was hat denn so lange gedauert? Welcher Server laggt jetzt hier? Wenn es hier laggt, dann ist es euer Router. Dann wisst ihr, okay, euer Router wird gerade gededost. Und wenn es hier laggt, dann wisst ihr, okay, der Server ist gerade nicht so ganz so fit. Ähm, vielleicht sollte ich da mal was machen oder eben mal kurz vom Netz nehmen, wenn er gerade angegriffen wird. Gut, ja, damit war es das auch schon wieder. Ich möchte euch nochmal dran erinnern, bitte macht es nur auf euren eigenen Servern oder auf scanme.nmap.org. Und auch nicht so hart, ähm, also auch nur ein-, zweimal am Tag, mehr nicht. Gut, ja, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.